Meine Eltern sind weg, ihr könnt rauskommen. Hey, Timmy, du hättest die Nüsse sehen sollen, wie wir... Halt, halt, halt. Der Bus kommt gleich, muss mich beliebt machen. Bewegt euch. Du könntest auch bitte sagen. Na gut, bitte bewegt euch. Ich wünsche mir die Klamotten, die angesagte Kinder tragen. Rathenscharf. Timmy, kennst du zwei Wörter, die du jetzt sagen solltest? Ich weiß. Pettering. Echt stark. Ah, sieh mal, da ist dein Bus. Tja, ich glaube, das war's dann. Wartet, ihr zwei müsst mitkommen, falls ich noch mehr Sachen brauche. Ich wünsche mir euch als coole Hip-Hop-Anhänger. An diesen Tag werden wir sicher noch lange Zeit denken. Und er hat erst angefangen. Timmy? Super, du siehst total angesagt aus. Wo hast du die Klamotten her? Internet. Ähm, eine Erbschaft. Äh, genau, ich hab das Internet geerbt. Haut ab, da ist schon besetzt. Von wem? Trixie. Und wo sollen AJ und ich sitzen? Hi, ich heiße Elma. Das ist meine Beule, Bob. Timmy Turner? Hm. Nein, Trixie, das ist eine Falle. Kein Typ kann in so kurzer Zeit so angesagt sein. Die Labertasse hat da zufällig nicht Unrecht. Na gut, du trägst angesagte Klamotten. Dann lass mal dein angesagtes Lächeln sehen. Ich wünsche mir strahlend weiße Zähne. Ah, meine Augen. Meine traumhaft blauen Augen. Wow, darf ich dich mit meiner Anwesenheit schmücken? Es wird dir eine Ehre sein. Echt starker Spruch. Meine Eltern meinten, wir können uns heute mal im Golfclub treffen. Also meine Mutter würde uns alle von unserem Chauffeur zur besten Pizzeria bringen lassen und sie dann gleich kaufen. Meine Eltern sind auf einer Weltreise und sie haben vorgeschlagen, nach der Schule eine Mega-Party zu feiern auf meinem Anwesen. Wow, dagegen ist mein Vorschlag ja der letzte Dreck. Ciao, Timmy, wir sehen uns später zu deiner Party auf deinem Anwesen. Ich bin absolut total angesagt. Schleimer. Oh, hallo Jungs, wie läuft's? Jungs? Hey, was? Nerven dich diese beiden nicht angesagten Jungs? Nein, nein, alles klar. Soll ich Ihnen das Schaubild erklären? Nein, danke, alles im Griff. Daneben nicht. Hört zu, ich gebe später eine Party bei mir. Ich bin angesagt. Wenn ihr kommt, seid ihr auch bald angesagt, okay? Super, ciao. Er gehört jetzt zur dunklen Seite vom Schaubild. Soll das heißen? Ich fürchte ja. Elma, du bist der neue Timmy. Schick. Habt ihr vielleicht noch so eine für meine Beule? Ich wünsche euch in den alten Zustand. Hey, was war los heute? Ich hatte das Gefühl, ich gehe euch mit meinen Wünschen auf die Nerven. Na ja, es war deine selbstsüchtige, gedankenlose, ausnutzende, ruppige Art, die uns nicht gefallen hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab mir eine Liste mit allem gemacht, was ich für meine Party noch brauche. Aber Timmy, du besitzt nichts von all dem. Jetzt kommt ihr zwei ins Spiel. Das zaubert ihr doch mit links, nicht wahr? Du willst denn mit all dem die neuen Freundschaften erkaufen?